Hallo liebe YouTube-Gemeinde und herzlich willkommen beim fünften Let's Show Minecraft hier vom Server von Gunzli. Heute gucken wir uns Oschelchens Schloss an. Hallo Oschelchen. Hallo. So, hier haben wir als erstes mal einen wunderschönen Blick nachts auf das Schloss, damit ihr seht, wie toll das beleuchtet ist und wie schön das in der Nacht wirkt. Von da aus sieht man auch noch die Monsterfalle, dann den neuen Hotelkomplex, den die Oschel gerade am bauen ist und das Baumhaus, obwohl sie mir ihren Einaturm jetzt direkt in die Sichtlinie gepflanzt hat. Aber das Baumhaus werden wir uns ja auch ein anderes Mal nochmal in einem anderen Let's Show genauer angucken. So, dann teleportieren wir uns jetzt erstmal runter zum Schloss. Und dann gucken wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. So, wie ihr seht, sind wir jetzt mal ganz locker und lässt sich hier hinten rüber geportet, um hier vorne durch den Haupteingang reinzugehen. Bitte nach dir. Aber gern. Hier habe ich überall so kleine Bäumchen gepflanzt. Die sind natürlich gecheatet. Die sind natürlich gecheatet. Die sind gecheatet. Die sind gecheatet. Fand ich jetzt dekorativ. Kann man natürlich nicht selber machen, ohne zu cheat. Deswegen gleich mal zugeben. Gehen wir hier mal auf die Mauer. Was ihr da vorne seht, das verhüllt das erste Projekt vom Highdriver. Das ist noch nicht ganz fertig und wir wollten euch das vorenthalten, was das ist. Deswegen seht ihr da so eine wunderhübsche Dreckwand. So, die Mauer geht um das ganze Grundstück. Das Grundstück ist 100 mal 100 groß. Hier sieht man die ganzen Fensterfronten. Gucken wir uns mal den Innenhof an. Die Mauer sieht hier überall gleich aus, denke ich mal. Ja. Die Mauer habe ich mit Lava und beleuchtetem Wasser ganz rundherum gemacht. Habe hier ein paar Stilelemente reingebaut. Hier Brunnen, Lava-Brunnen gemacht. Stilelemente reingebaut. Lava-Brunnen gemacht. Ja, halt eben so ein bisschen operativer hoch. Faszinierend. Ich wusste gar nicht, dass Blumen neben Höllensteinen wachsen. Wo sind hier Höllensteine? Dankeschön. Alter, die Glühsteine, die gibt es nur in der Hölle. Glühsteine, Glühsteine, okay. Okay. Ich habe überall Bänke aufgestellt, damit man schön die Sterne betrachten kann oder sonst was. Oder die Monsterfalle. Ja, komm, gehen wir mal rein und schauen uns das Teil mal von innen an. Hinten den Garten sind wir ja gleich von der anderen Seite noch. So, gehen wir mal durch den Vordereingang. Lapposlazeli und die Steine eingebaut. Ich habe versucht, hauptsächlich aus Kronkelsteinen und Halbsteinen zu bauen, weil wir halt eben viele Steine haben. Dann gehen wir mal in die... Wobei wir jetzt dabei sagen müssen, wo die ganzen Halbsteine gemacht waren, da musste man die noch nicht aus Cleanstown anfertigen. Was hast du denn hier an der Wand hängen? Ein Mini-Pixelhaus. Das ist ein kleines, selbstgemachtes, kleines Bild von der Welle. Weil wir ja auf dem Wasser sind, habe ich gedacht, passt das. Hier an jeder Ecke habe ich eine kleine Bar angebracht, da die Leute als Begrüßung ein kleines Gepränk zu sich nehmen können. Dann gehen hier zwei Wege nach oben. Gucken wir uns erst die untere Etage an, oder? Gehen wir jetzt mal nicht hoch, sag ich ja. Gehen wir mal zuerst in den Büchern rein. Hier entlang. Hier hat man natürlich dann einen schönen Blick auf die Monsterfalle. Literatur und Tod eng beieinander. Ja, man kann natürlich auch über den Tod lesen. Dann gehen wir mal hier weiter. Einfach nur ein Gang. Sonst, da verbindet halt eben sämtliche Räume miteinander. Hier ist ein Badezimmer. Das gleiche ist auch auf der anderen Seite. Dann zeigen wir gerade hier das. Einer Toilette. Sturm. Waschbecken. Und Badewanne. Eine Dusche. Die Dusche hast du doch geklaut. Aber sicher doch. Die kenn ich so doch schon. Aber sicher doch. Klar. Das habe ich vor deiner Dusche gebaut. Ja, ja. So. Hier ist ein kleiner Innengarten mit Bäumen. Da kann man sich halt ein bisschen entspannen. Überall große Fenster angebracht, damit auch schön viel Licht reinfällt. Ist der auch nach Tai Chi, ähm, leere eingerichtet? Und sehr, wie der Reihenfolge gepflanzt. Das ist also der Innengarten. Dann gehen wir mal weiter. Okay. Hier kommen wir dann zur Essensausgabe und zum Essen. Neustand mit Decke gehangen. Der Fußboden, den habe ich hier unten in der Etage komplett, oder fast komplett aus Wolle und Sandstein gemacht. Findest du das etwas übertrieben, dass deine Köche direkt einen Blick auf den Diamanten haben? Meinst du nicht, die reißen, robben den da raus und klauen den? Also wenn ich koche, wenn ich koche wäre, also. Ja, Diamanten, Diamanten. Ich habe gedacht, Diamanten verbaue ich nicht oft. Und ich habe gedacht, ein einziger Diamant müsste im Schloss fahren sein. Aber da ich nicht wusste, ganz genau, wie ich den anbringe, habe ich mir gedacht, weiß ich ihn in die Küche. Das ist die Gefrierkammer mit schönen Frieden und Regalen. Und in dieser Kiste ist wenigstens was zu essen. Ich bin in den ersten Sets schon. Wo in meiner Gefrierkammer nichts drin war. Kühlmaschine, Waschbecken, je nachdem, was du sagen möchtest dazu. Hat eben nur schön ein geischte Küche. So, gehen wir mal rund. Hier habe ich überall kleine Bücher-Ecken, leere Ecken. Dann habe ich auch mit Bäumchen gecheckt. Oh, ich bin kurz rausgegangen. Weil man jetzt hier so schön draußen gucken kann, die andere Seite vom Garten. Willst du draußen gucken? Dann gehen wir mal rausgucken. Ja, hier ist halt eben der Garten. Bambus angeklappt. Hier die kleinen, ja. Hier die kleinen Bäumchen, die habe ich auch gecheckt. Die habe ich selber gemacht. Aus dem einfachen Grund, ich habe da so viele Bäume gepflanzt. Und das waren immer Monsterbäume. Immer diese super großen hässlichen Bäume. Oder sie sind gar nicht gewachsen. Und da habe ich gedacht, bevor ich hier wirklich 100 Tage verbringe, nur um Bäume zu pflanzen, mache ich mir sie doch selber. Also muss ich aufgeben. So kleine Bäume gibt es nämlich nicht. Natur war. So, gehen wir hier entlang. Hier ist ein Kino. Was gucken wir denn? Minecraft. Ich sehe, ich erkenne, ich erkenne. Das schwarze Loch. Ja, die Pixeln sind einfach zu klein gewesen, um da irgendwas reinzuführen. Muss ich ehrlich sagen. Doch, das ist das schwarze Loch. Ich erkenne es ganz genau. Guter Film allerdings. Also, muss man unbedingt mal gesehen haben. Ein richtig schöner Klassiker. Hier ist noch ein kleiner Pool. Ich kann es nachholen. Dann gehen wir hier entlang. Kleine Bücherecke. Halt eben überall die Ecken ein bisschen ausgefüllt. Hier ist auch eine Bar. Ist nicht so schön wie deine Strandbar. Ich gebe es ja zu. Aber geräumiger. Geräumiger, ja. Ah, und edel. Mit goldenen Tischen. Wenn du deine Killbereich mit einbeziehst, ist es nicht größer, wie deine Strandbar. Ich habe so viel Gold gefunden, habe ich gedacht, ha, machen wir mal eine Goldküche hin. So. Hier sind wir dann noch wieder rund. Gleich. Ah, hier ist noch ein Badezimmer. Das ist dasselbe. Selbe Badezimmer. Brauchst nicht zu zeigen. Hier ist das Wohn... Wohnfühlzimmer, kann man sagen. Und immer hast du den Blick auf so eine dreckige Mauer da hinten. Also ehrlich. Ja, wieso schweißt du mir so ein Ding da vor die Linse, ey? Ja, sonst hätten wir doch zu viel verraten. Das stimmt. So, und dann gehen wir mal in den Tanzsaal. Hier kommen wir auch dann rund. Das ist also ein Rundweg. Hier sind wir dann wieder im Eingangsbereich. Dann können wir hier direkt gerade durchgehen. Hier ist der Gang, den wir eben nicht gezeigt haben. Weil der verbindet alles. Hi. Hier sind wir im Tanzsaal. Das ist schön, wenn man hier so tanzt. Da habe ich... Lass mich raten. Ja. Das Pixelart... Hier, wo das Tanzsaal ist, sollte ja die Tanzfläche sein. Also ehrlich. Das Pixelart demonstriert ein Tag in Minecraft. Oder? Ja. Hier vorne kommt man an und baut sich seine erste Hütte. Genau. Da ist schon die Freundin beerdigt, auf deren toten Rücken du an den Strand gekrabbelt bist. Ich habe etwas gesucht. Ich wollte erst einen Leuchttun dahin machen, aber der hat Kacke ausgesehen. Weil ich brauchte was mit dem Leuchtstein. Also, äh... Ich wollte da eigentlich kein Kreuz hin machen, aber es war das Einzige, was geblieben ist. Ich sehe einen Fehler. Die Fische müssten Tintenfische sein. Weil richtige Fische... Ich habe versucht, einen Tintenfisch zu machen. Ach doch, stimmt. Man kann ja angeln gehen. Der Tintenfisch war aber so groß. Nein, nein, man kann angeln gehen. Ich habe das ganz vergessen. Ich habe das noch nie gemacht. Natürlich sind die Fische im Dimensionalen von der Hütte ein bisschen groß. So, dann können wir hier hochgehen. Auch direkt in die zweite Etage. Hier ist dann Nachholungsbereich und Panzen. Alles miteinander verbunden. Auch schön überall hinkommt. Gehen wir mal zu den Schlafzimmern. Wo wir auch unsere Abonnenten veräumt haben. Das Zimmer ist das Besondere. Da wohnen ab sofort unsere Abonnenten. Also hier runter geht es dann wieder zum Eingangsbereich. Also vom Eingangsbereich kommt man auch hier nach oben. Auf jeden Fall alle Abonnenten, die wir bisher gekriegt haben, die konnten wir hier im Schloss unterbringen. Die nächsten werden dann in der Kathedrale untergebracht. Und zwar haben wir hier schon als erstes das Zimmer von CMON 85. Ich weiß nicht genau, wie ich das aussprechen soll. Darkseid. Du hast einen schönen Blick auf den Startbereich. Darkseid passt ja eigentlich ins Kolosseum. Ja, das ist aber nicht eben sein Minecraft-Namen. Und das wollte er eigentlich nicht. So. Ah. Gut. Er hat ein schönes Bex. Also die Räume sind alle gleich eingerichtet. Nur halt eben jeder hat einen anderen Blick. Mhm. So, die nächsten Zimmer haben wir hier von... Hallo 9876543. Du hast auch einen wunderschönen Ausblick auf den Startbereich. Jeder Abonnent kann eine Runde lesen. So, wo ist der Fernseher? Also du hast doch ein Kino im Haus, ey. Da willst du ein Fernseher haben. Deswegen müssen wir jetzt hier das Let's Show eigentlich auch schneller machen, wie wir eigentlich vorhatten, weil uns die Zimmer hier ausgehen und wir noch ganz schnell gucken mussten, dass wir hier noch die Zimmer belegt haben. Ich habe mir noch kein Mutterschied Zimmer übrig. Ich habe noch kein Mutterschied Zimmer übrig. Und zwar hier zum Beispiel von Kreuzi 97. Du hast auch die gleiche Aussicht wie die anderen. Ungefähr. Die haben aber hier auch noch eine schöne Laserecke mit Bänken und Kunst. Ich weiß bis heute nicht, was das hier darstellen soll. Ich glaube, das ist eher so... Donkey Kong! Donkey Kong, Klappe! Ah, jetzt erkenne ich es gut. Ah, ich bin gut. So, hier haben wir das Zimmer von Ikorage. Ist auch wieder so ziemlich der gleiche Ausblick. Auf jeden Fall können sich unsere Abonnenten, falls sie denn irgendwann mal der Server umziehen sollte und alle Abonnenten hier bei uns mal einziehen können, könnten sich hier gegenseitig Hallo sagen. Zumindest alle, die auf jeder Seite wohnen. So, und weiter geht's. Hier haben wir dann das Zimmer von Kenneth 90. Auch natürlich ein wunderschönes Zimmer. Naja, ich habe die Fenster in den Zimmern alle sehr groß gehalten. Einzigste Zimmer, wo das Fenster nicht groß gehalten ist, ist nicht belegt. Das ist nämlich ein Zimmer von der Familie. Hier haben wir ein Zimmer von Silbergecko. Der hat jetzt endlich mal eine halbwegs andere Aussicht. Und zwar hat der einen Seitenblick auf die Monsterfalle, den Tempel des Todes. Das ist natürlich schon was. So, gehen wir mal weiter. Wen haben wir hier? The Gamer Boy 2011. Ja, der hat natürlich die Monsterfalle komplett da. Dafür sieht er aber den Startbereich nicht, was er auch wieder nachteil ist. Ja. Ja, man kann nicht alles haben. Aber immerhin eine sehr schöne Aussicht auf die Monsterfalle. So, Zimmer von Nebelfantom ist das nächste. Auch hier wieder ziemlich die gleiche Einrichtung. Die Aussicht hat sich auch nicht wunderbar, äh, äh, sondern nicht geändert. Ich wollte da auch keinen Abonnent bevorzugen. Deswegen haben die alle regelrecht das gleiche Zimmer. So, hier haben wir jetzt das Zimmer von Tilnator. Und weiter geht's. Zimmer von Devil Donkey. Hier haben wir jetzt auch wieder einen kleinen anderen Blick. Oh, der hat einen anderen Blick. Der hat einen Blick auf meinen Bauch. Und wir haben einen Blick auf das Baumhaus und das Hotel. Das heißt, schön die Vorhänge zumachen, wenn du dich umziehst nachts. Sonst gucken die dir was ab. So, das hier kann ich jetzt kaum aussprechen. Ich sag mal einfach Zimmer von The Pacificaub. Äh, ich hoffe, das war richtig. Nicht, dass ich hier jemandem auf die Füße trete. Auch von hier aus wieder einen wunderbaren Ausblick aufs Hotel. Ist eigentlich kein Baumhaus. Ist mehr wie, ähm, äh, so ein, ähm, ach Mensch. Ah, das Zimmer hat keinen Abonnenten. Ja, das sind diese Zimmer, äh, das sind die zwei, äh, so ein Familien. So. Zimmer von Olin Meges. Hoffe auch, dass das richtig war. So, von hier aus hat man jetzt natürlich keinen Blick mehr auf die Monsterfalle. Aber immerhin, da vorne wird mit Sicherheit auch noch was hinkommen. Und wenn das Hotel erstmal fertig ist, dann wird das auch ein herrlicher Ausblick werden. So, was haben wir hier? Zimmer von K.M. der Erste. Ich denke mal, das sollte man so aussprechen. So, hier haben wir den Afro-Burrito. Das Baumhaus ist ja wie ein Ferienmarkt. Du hast natürlich jetzt den super top Ausblick auf ne Dreckmauer. Aber, wie gesagt, mal schauen, was dahinter ist. Das werden wir dann demnächst aufklären. So, in drei, vier Monaten oder so. So, hier haben wir dann das Zimmer von Nadine und Ralf. Ja, wir haben es entschlüsselt, was das heißen soll. Weiter. So, ist das das Letzte? Ich glaube, ich weiß nicht, wo du angefangen hast. Ich weiß nicht, wo du angefangen hast. Kann das sein, dass das Glasfenster etwas größer ist in diesem Zimmer? Aber die Fläche dafür kleiner? Ja. Das Floss ist dann völlig nicht ganz so nett. Oh, und hier sind wir gestartet. Du warst auch nur auf der Etagezimmer, oder? Ja. Nein, natürlich nicht. Wir haben natürlich noch die Dachzimmer. Denn oben sind unsere Zimmer. Und zwar sind hier die Zimmer, wo die, äh, für die Leute, die auf dem Server sind. Wir haben, äh, also auf dem Server arbeiten. Ich muss ja erst ins Bett gehen. Ach, damit man ein bisschen mehr sieht. Ah, können wir machen. Wäre praktisch. Hoffentlich springt mich kein Zombie an in der Zeit. Ah, ein Zombie! Ah, nein, da warst du schon. So. Das ist mein Zimmer. Was aber nicht passen würde, sind wir hier auch direkt schon vor Oschelschins Zimmer. Größer sind sie nicht unbedingt, aber sie haben einen größeren Sichtradius. Hier habe ich halt eben auch nur ein bisschen runterzubauen. Hier oben haben wir auch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Luxus als das gemeine Fußvolk. Wir haben hier einen wunderbaren Ausblick. Können wir auch hochschulen können. Ausblick. Hier ist dein Zimmer, also ehrlich. Da ist mein Zimmer. Du hast natürlich den Blick auf die schöne Monsterfalle, also ehrlich. Ja, was soll man sagen. Ich habe es mir auch redlich verdient. Wobei ich das hier ja sowieso kaum nutze, weil ich ja ein eigenes Haus habe. Sommerresidenz. Hier kann man auch den Ballsaal noch von oben sehen. Hier komme ich nur hin, wenn ich zu viel gesoffen habe und kotzen muss. Danke, ist das nicht schlimm. Aber ich habe hier oben zwei Pools hingemacht. Hier ist Hydraivers. Hier ist Hydraivers. Schniekebude. Von hier aus kann man auch noch ganz ordentlich sehen. Er hat natürlich direkt ein Zimmer gekriegt, wo man einen wunderbaren Ausblick auf sein Projekt hat. Das ist ja auch ganz in seinem Sinne. Und da wir nur mit drei Mann auf dem Server sind, steht hier natürlich ein Zimmer leer. Das ist jetzt kein Wink für alle Leute, sich für den Server zu bewerben. Wir nehmen momentan keine Bewerbungen an, leider. Weil der Heimrechner das von mir leider nicht packt mit noch jemandem, weil er jetzt schon teilweise ziemlich am Zuckeln ist. Wo geht es jetzt wieder runter? Also mit Monstern an können nur einer drauf. Deswegen hat der Gunzli auch die Monsterfalle alleine gezeigt, weil wenn unsere Monster an sind, dann kann man mit zwei Leuten schon nicht mehr spielen. War es das oder gibt es noch was hübsches zu sehen? Das war es eigentlich auch. Gut, dann. Ich kann noch ein bisschen rund gehen, aber im Grunde genommen hat man das Schloss jetzt. Gesehen. Gut, dann verabschieden wir uns auch jetzt langsam mal. Ja, das ist der Weg zur Eingangshalle. So, dann verabschieden wir uns auch hier schon einmal. Wir wünschen euch noch einen angenehmen YouTube-Tag oder Nacht, je nachdem wann ihr das Video guckt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.